Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen YouTube Video von mir. Heute gehen wir shoppen. Und nicht nur irgendwie shoppen, sondern wir gehen shoppen für mein neues Pferd Baldor. Wir sind natürlich gerade bei Löstau und ich brauche natürlich noch ein paar Sachen. Ich habe zwar schon so viel Kram, aber man kann ja immer nie genug Kram haben. Und ja, ich zeige euch heute mal, was ich noch alles so kaufe für ein neues Pferd. Was generell so meiner Meinung nach so wichtig ist für die Grundausstattung für ein erstes Pferd oder für ein neues Pferd. Deswegen würde ich mal sagen, wir gehen jetzt sofort rein, holen jetzt einen Einkaufswagen und plündern hier den Löstau. Let's go! Wir sind übrigens die ersten. Wir sind wirklich hierhin gefahren, dass wir um 9 Uhr hier vor der Tür stehen und shoppen können. Beweisfoto? Parkplatz leer. Da gibt es hier meinen Wagen. Der ist gerade schon klein. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht sogar noch ein bisschen zu warten brauche, aber den kann ich auch später holen gehen. Ich glaube, wir machen es heute ein bisschen strukturierter. Wir fangen erst mal so ein bisschen bei den sinnvolleren Dingen an und arbeiten uns dann zu den etwas unsinnvolleren Dingen hervor. Aber schön. Aber zu den schönen Dingen. Ich glaube, wir werden jetzt hier erst mal so starten bei Halftern und dann geht es weiter zu so Gamaschen, Putzzeug und so. Und dann geht es zu den Decken, Schabracken, Abschwitzdecken, da wo es richtig spannend wird. Hier gibt es auf jeden Fall erst mal Halfter. Ich glaube, wenn wir mal sehen, ob ich für ihn noch so ein Weide- und Paddock-Halfter hole, weil ich will ja nicht immer mein schönes Lederhälfter auf dem Paddock irgendwie dreckig machen lassen. Ja, deswegen gucken wir mal. Was mir so gefällt, aber ich glaube, hier sind irgendwie nur so Sonne. Und Flauschi ist halt auch schon wieder cool. Lieber Flauschi-Halfter. Anja, guck mal. Rosa, plüsch. Das muss ich aber schon sagen, dass das selbst für mich schon ein bisschen arg ist. Ist aber auch kein Weide-Halfter. Ist auch kein Weide-Halfter. Das ist ja Blues Weide-Halfter hier. Das ist sogar ein Sale. Aber das habe ich ja sogar. Ich bin schon wieder bei den Leder-Halftern. Guck mal, sogar Krokolack. Ist das nicht geil? Ist aber auch kein Weide-Halfter. Welche Größe braucht er eigentlich? Das ist Pony. Er braucht auf jeden Fall Warmblut oder auch sogar Kaltblut. Nämlich ein Riesenschädel. Wirklich ein Riesenschädel. Ja, hier ist dann so Kaltblut. Okay, so groß ist der Schädel auch nicht, aber schon ein großes Warmblut. Also er kann sich schon die Halfter auch mit gut teilen. Wir schauen mal. Schauen mal. Spielzeug. Das müssen wir auch gleich noch gucken. Spielzeug müssen wir gleich auch noch gucken. Okay, für alte Pils. Hallo Lena, hallo Hela. Wir fangen jetzt mal bei den Basics an. Und zwar mit dem Gebiss. Ich weiß, dass er auch vorher mit einem Sprengergebiss geritten wurde. Mit so einem einfachen, äh... Mit einem einfachen Doppelgebrochenen. In 13,5. Deswegen würde ich das jetzt einfach auch mitnehmen und damit weiterreiten. Dass er das erstmal gewöhnt ist. Das ist aber nicht 13,5. Hier, über 13,5,5. Voilà. In der Lieblingsabteilung. Lampresattelgurte. Äh... Ich hoffe ja, dass er sich jetzt aktuell noch ein Sattelgurt mit dem Sammy teilen kann. Weil ich glaube, das könnte ein bisschen, äh... Ja, schwierig werden. Weil Sammy so ein bisschen dicker ist als der Baldo. Ähm, ja. Deswegen vielleicht. Der ist auch richtig schön an der ZO mitbeformt. Von der Lüster Eigenmarke. Natürlich brauche ich auch einen neuen Sattel. Und dafür braucht man ja halt Sattelgurt. Man braucht Steigbügel. Man braucht Steigbügelriemen. Einen Sattel kaufe ich jetzt nicht hier. Aber Steigbügel habe ich mir auch schon online bestellt. Deswegen muss ich die jetzt nicht mitnehmen. Aber hier gibt es natürlich auch eine schöne große Auswahl. Weiter geht's. Trense brauche ich zum Glück auch nicht. Die habe ich nämlich auch schon bestellt. Und Kandare werden wir hoffentlich auch irgendwann brauchen. Aber jetzt geht es hier weiter. Zügel braucht man natürlich sonst auch. Das steht auch auf meiner Liste. Aber wie gesagt, das habe ich alles sogar schon bestellt. In der Hoffnung, dass alles passt. Weil der hat so einen richtigen, komplizierten Kopf. Und ich habe einfach mal gehofft, dass es so passt, wie es mit Samy's Maßen ist. Weil Sammy hat eine Trense aus vier verschiedenen Größen. Und Baldo dann denke ich auch. Jetzt kommen wir zum spaßigen Teil. Dressur-Gamaschen. Huf, glück, weiße Gamaschen. Die brauche ich jetzt auf jeden Fall. Weil er ist ja ein Dressur-Pferd. Deswegen kann ich jetzt wieder mehr Dressur-Reifen. Und ich werde mir weiße Gamaschen kaufen. Ich werde mir so richtig geile, lange Bandagier-Unterlagen kaufen. Und ich werde ihn jeden Tag, glaube ich, bandagieren, weil ich da einfach Bock drauf habe. Als erstes. Okay, Gamaschen in XL sind vielleicht ein bisschen groß. Und der hat echt große und dicke Beine. Deswegen denke ich, hinten L und vorne M. In der Hoffnung, dass es passt. Hier ist, glaube ich, das letzte Paar. Das ist S. Und hier ist M. Das ist bei Sammy auch so. Sammy hat vorne M und hinten L. Was aber für einen Hufflinger an sich schon eigentlich sehr groß ist. Also Blue kann das auch so tragen. Und Hufglocken habe ich letztens auch noch neu gekauft. Weiße, die brauche ich nicht. Also wenn ich nicht schon drei von denen hätte, würde ich mir jetzt so ein Ding kaufen. Also diese Waldhausen-Multi-Bags, die sind so praktisch. Also sei es für den Stall oder auch für Pfandflaschen. Also wirklich, ich benutze die für alles. Für Wäsche. Die gibt es in Groß hier auch noch. Die sind so ultra praktisch. Ich liebe die. Also die kann ich wirklich sehr empfehlen. Und ich glaube, das ist schon so genau das, wo ich mich so sehe. So richtig schön, so die Beine bandagiert. Und dann guckt oben so die weiße Bandagierunterlage raus. Oder unten. Die müssen auf jeden Fall auch mit. Ich weiß nur nicht, ob ich davon zwei, also für vorne und hinten oder nur für vorne. Ich glaube, einfach nur für vorne. Wir müssen jetzt langsam einsteigen ins Dressort Tussi Leben. Wo es schon geil ist. Ja, weiter geht's. Hier sind wir gerade bei den Longier-Pitches. Da habe ich natürlich eine zu Hause. Aber welche ich liebe und welche ich sogar zweimal zu Hause habe, ist hier so eine Fahrpitche. Und ich benutze die einfach zur Bodenarbeit. Ich finde die super praktisch, weil die sind halt ein bisschen länger. Und ich longiere damit sogar auch. Die sind auch immer schön leicht. Also die sind wirklich Hammer für Bodenarbeit. Normale Dressurgärte brauchen wir aber auch, weil ich meine, irgendwann mal auf dem Turnier verloren habe. Ich reite ungelogen seit fünf Jahren immer mit der gleichen Dressurpitche, weil ich finde das irgendwie so wichtig, dass das sich halt immer gleich anfühlt. Und das ist hier diese hier von Fleck. Die hat hier so eine Gummiart-Griff. Gummi oder auch Carbon manchmal. Und ich liebe die einfach. Ich weiß noch nicht, ob die lang genug ist. Wie Größe hat die denn? Keine Ahnung. So, ich habe jetzt die Größenheit gefunden. Stand auch auf diesem Zettel drauf. Es ist 1,20 Meter. Das ist auch so die normale Größe. Perfekt, die kommt mit. Ach, dann sind wir hier schon bei meinem Lieblingsabteil. Putzsachen. Diese wunderschönen Tücher habe ich ja sogar auch schon zu Hause. Damit mache ich den Blue immer sauber. Und Putzsack habe ich aber auch soweit schon alles bestellt. Also muss ich gar nicht mehr irgendwie großartig was mitnehmen. Wir brauchen eher so Pflegemittel. Ich habe jetzt hier noch eine Bürste gefunden für die Hufe, um die so richtig schön sauber zu machen, weil die sind so ein bisschen noch die Problemzone aktuell. Also ich habe ja meinen ganzen Kram schon alles bestellt. Aber was ich sonst so fürs erste eigene Pferd oder fürs neue Pferd alles kaufen würde, wären halt wirklich die Basic-Sachen. Und dann würde ich erstmal gucken, was ich alles noch so brauche. Basic-Sachen ist halt so eine richtig schöne Wurzelbürste, die auch so ein bisschen fester ist. Die ist zum Beispiel wirklich richtig gut. Dann halt ein ganz normaler Striegel, eine Kardätsche, Hufauskratzer, irgendwie noch eine weichere Bürste oder halt so ein Lammfell. Und dann, das reicht erstmal, und dann könnt ihr immer noch irgendwie zum Fellwechsel ein Fell schön oder so. Aber wie gesagt, die Sachen braucht man erstmal so als Basic-Ausstattung. Ich nehme jetzt auch noch neue Hagebutten mit. Die war nämlich leer und die gebe ich meinen Pferden immer super gerne so als Leckerli oder auch so über Smash. Wenn da noch Zusatzfütter drin sind, dann gibt es immer noch die dazu. Kleine Vitaminbombe. Jetzt stehen wir hier vor der Qual der Wahl. Was für eine Leckerli-Sorte. Also eigentlich kriegen meine Pferde nicht so viel Leckerlis, aber der Baldo, der darf sie kriegen und der verträgt die auch gut. Deswegen, keine Ahnung. Nehmen wir Himbeerleckerlis? Hört sich gut an. Himbeerleckerlis hört sich gut an, oder? Wie hast du es denn gefunden? Ich habe hier Regenbogenküsse gefunden. Leckerlis. Also eigentlich muss ich die schon mitnehmen. Ich war eigentlich schon wieder bei der Diät-Variante. Zuckerfrei, Getreidefrei, mit nichts. Obwohl, die sind schon echt süß. Die müssen mitkommen. Auch super wichtig. Ein neuer Salzleckstein. Ich mache hier direkt wieder Randale. Und für Sammy kann ich auch schon wieder einen mitnehmen, weil Sammy inhaliert diese Dinger immer weg. Das richtige Workout. So. Guck mal, was hier noch ist, Anja. Hier ist noch Sale. Das ist die ganz gefährliche Abteilung. Oh, hier sehe ich schon direkt die ersten so richtig schönen Shirts. Hier von Cheval de Luxe. Ein geiles Funktionsshirt. Wir haben Cavallo-Pullis. Oh, diese Jacke ist auch so schön. Die habe ich sogar gerade in schwarz an. Also, hier könnt ihr euch schon mal richtig gut ausstatten. Ist was in meiner Größe dabei? Ja, ich habe hier schon eine Jacke gefunden. Können wir mitnehmen. Also, echt coole Sachen hier. Auch von den ganzen Top-Marken. Jetzt hier Cavallo und Picœur. East. Da könnt ihr mal vorbeischauen. Hier ist noch mehr Sale. Also, es ist wirklich eine ganz gefährliche Abteilung hier. Hier sind noch die ganzen Schabracken und Abschwitzdecken. Hier sind noch mehr Schabracken. Also, kommt mal vorbei im Löster und Erftstadt. Hier gibt es geile Angebote. Das ist hier, glaube ich, gerade das Paradies. Weil Baldo ist so ein richtiges Spielkind. Und ich habe schon vorhin eingedrängt. Ich muss ihm unbedingt ein Jolly Ball kaufen. Und eigentlich auch so einen großen Ball. Weil meiner ist einfach... Den habe ich damals bei Hellas und Toms Show mitgebracht. Und den habe ich jetzt da vergessen. Und wir haben uns zwar schon 100 Mal wieder gesehen. Aber wir haben immer wieder vergessen, diesen Ball mitzunehmen. Deswegen liegt er aktuell bei Tom und Hela. Also, liebe Grüße gehen raus. Mein Ball ist da super gut behütet. Ich freue mich jetzt langsam mal einen neuen. Guck mal. Da ist er sogar. Boah, der ist ja auch geil. Da kann man so Möhren reinstecken. Aber der macht ja auch aus so einem Ball schon so einen richtigen Fun-Playball. Also, ich kann mich gar nicht entscheiden. Vielleicht nehme ich sogar den mit. Aber hier gibt es noch so viele coole Sachen. Ich finde das auch voll cool. Da kann man dann so reu reinstecken. Den kann man auch so aufhängen. Wir können den einfach, die ganze Box wird so wie so ein Kinderspiel-Paradies. Also, der hier kommt natürlich mit. Warte, wo ist unser Einkaufswagen? Hier. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden. Ich nehme den kleineren mit, weil den größeren habe ich ja. Vielleicht kommt er irgendwann auch wieder zurück zu mir. Und ich glaube, für ihn so zum Spielen ist der fast besser. Den kann man nämlich wirklich so richtig... Der ist halt ein bisschen kleiner und handlicher. Ich muss sagen, was so den ganzen Pflegemittelbereich angeht, bin ich wirklich sehr gut ausgestattet. Und habe ja auch wirklich gute Partner an meiner Seite, beziehungsweise auch gute eigene Produkte. Das heißt so, Menspray, Shampoo brauche ich alles nicht. Das habe ich auch alles. Was ich halt wirklich nochmal neu brauche, ist Keralit. Das ist nämlich langsam leer. Da brauche ich den Huffestiger, weil er hat nämlich ein bisschen brüchige Hufe. Und Strahl, Liquid, hupsi, kommt auch direkt mit. Dann haben wir die Hufe hoffentlich ganz schnell wieder im Griff. Gott sei Dank ist die Fliegen- und Bremsensaison schon wieder vorbei. Deswegen brauche ich jetzt hier nicht noch Nachschub, beziehungsweise habe auch noch was im Stall. Und Lederpflege brauche ich jetzt auch nicht nochmal extra für ein neues Pferd. Aber wenn ich natürlich das erste Pferd kaufen würde, dann würde ich jetzt auch noch ein bisschen Lederpflege und so kaufen. Also was wichtig ist, ist einmal Menspray, Shampoo, Fliegenspray, irgendwas für die Hufe. Also so gegen Strahlfäule finde ich immer wichtig, zu Hause zu haben. Dann natürlich so Stallapotheke beim ersten Pferd, Blauspray, Desinfektionsspray. Ja, das wäre auf jeden Fall erstmal so meine Grundausstattung. Hier haben wir ja diese ganze Stallausrüstung, beziehungsweise wenn man so aufs Übernachtungsturnier fährt, da bin ich ja schon mal sehr gut ausgestattet mittlerweile. Deswegen kann ich jetzt hier erstmal dran vorbeigehen. Jetzt müssen wir aber zu den Decken. Wow, Deckencenter. Wow, das ist aber neu, oder? Das ist neu. Sieht richtig cool aus. Wie krass ist das denn? Und dann sieht man hier, das sieht ja so cool aus, weil dann kann man hier direkt sehen, welche Decke das ist. Man hat hier direkt den Preis und wahrscheinlich kann man dann einfach Bescheid sagen und man bekommt dann aus dem Lager genau diese Decke. Die habe ich zum Beispiel auch, die ist richtig cool und flauschig. Was wir brauchen ist auf jeden Fall eine Abschwitzdecke oder auch zwei. Dann brauchen wir eine Regendecke und eine Winterdecke. Dann hat man erstmal so die Bars so abgedeckt. Irgendwann vielleicht für den Winter, wenn es ganz kalt wird, noch eine Nierendecke oder für den Sommer eine Fliegendecke. Aber das sind jetzt gerade so Sachen, die sind jetzt nicht mega wichtig beim allerersten Einkaufen. Deswegen gucken wir jetzt mal nach einer schönen Abschwitzdecke. Die gibt es natürlich hier, aber die gibt es halt auch bei den eigenen Shops hier im Laden. Also bei Cavallo oder bei allen anderen möglichen Shops. Deswegen muss ich jetzt mal gucken, für welche ich mich am Ende entscheide. Also mein Kentucky-Decken-Paradies. Ich habe ja eine Schwäche für Kentucky-Decken und die ist an sich schon richtig cool. Die wäre für Blue was. Das ist eine Winterdecke und die hat innen dieses Kaninchenfell und die ist richtig warm. Der Blue ist so eine richtige Frostbeule. Aber der Baldi ist ja jetzt gar nicht so eine Frostbeule. Deswegen muss ich mal gucken nach einer etwas dünneren Decke. Hier sind jetzt erstmal die dicken Decken. Aber wir sind ja auch bei der 300-Gramm-Station. Wir müssen mal zur Regendecke oder 50 Gramm. Decken sind ja, finde ich, immer am Anfang so ein bisschen kritisch, wenn man die Pferde nicht so richtig kennt und wenn man nicht so ganz weiß von den Größen. Ich weiß, dass die hier dem Sammy ganz gut passt. Die ist nämlich ein bisschen weiter geschnitten und der ist ja auch ein bisschen breiter. Aber für die breiteren Pferde gibt es auch hier immer diese Decken-Erweiterung. Die benutze ich bei Sammy auch wirklich super gerne und dann passen die Decken auch wirklich gut. Deswegen nehme ich jetzt erstmal die hier mit. Das ist jetzt erstmal eine Regendecke. Damit kommen wir jetzt erstmal durch die erste kältere Phase gut durch, weil er ist ja auch noch nicht geschoren. Und dann können wir weiter gucken nach weiteren dicken Decken. Das hier ist übrigens die Regendecke von Blue, die er aktuell immer an hat. Das ist die, die hat so Muster da drauf. Weiß nicht, ob man das sehen kann? Nee, irgendwie nicht. Auf jeden Fall ist die richtig cool. Die würde ich sonst auch mitnehmen. Aber ich sehe gerade, es gibt sie nicht in der Größe. Also wir bräuchten sie jetzt in 1,35 und die ist gerade nicht da. 1,45 hat die? 1,45, sorry. Genau, 1,45 bräuchten wir. Aber hier ist nur 1,25 oder 1,65. Damit können wir leider nicht arbeiten. Ich dachte jetzt, hier ist wieder die rosa Decke. Die habe ich ja sogar. Ich frage immer wieder nach der rosa Decke. Ich habe jetzt gedacht, ich hätte sie gefunden. Aber sie gibt es hier nicht mehr in rosa. Nein! Es gibt hier nur dieses coole Blau. Die Muster finde ich auch cool. Ach, das ist eine Western-Decke. Ja, eigentlich müssen wir die mitnehmen. Leute, für alle Haffi-Besitzer, kauft euch Western-Decken. Das ist jetzt auch von der Western-Marke von Lößdau eine Decke. Und die sind ja eigentlich für die Quarter Horses gemacht. Und die Quarter Horses sind ja auch so ein bisschen breiter. Und die Haffis ja auch. Deswegen, diese eine pinke Decke, die ich habe, die ist auch von Lößdau, von der Western-Marke. Ja, und jetzt gibt es hier wieder Western-Decken. Die sind wirklich eigentlich echt die aller, allerbesten. Ich sage ja, die Fliegensaison ist ja vorbei. Gott sei Dank müssen wir den Kram jetzt erstmal nicht mehr kaufen. Er hat aber ja auch eigentlich natürlichen Fliegenschutz. Er hat ja diesen riesigen Shop, auch wie der Sammy. Und deswegen, bei uns gibt es ja auch nicht so viele Fliegen. Gott sei Dank. Und deswegen werde ich jetzt erstmal keine Fliegenmaske kaufen. Das Geld werde ich in eine Schabracke investieren. Mattes Schabracke. Anja und Flausch. Ich liebe Flausch. Und ich will eigentlich schon die ganze Zeit so eine Mattes Schabracke haben. Aber die sind so teuer. Aber die sind so schön. Guckt euch das an. Das ist einfach für die Pferde halt auch so geil mit dem Lammfell. Ach, das werde ich mir vielleicht zu Weihnachten gönnen. Wen haben wir denn da? Das ist die Anja. Da oben. Aber das ist nicht der Blue. Das war nämlich das Pferd, was ich mir ausgeliehen hatte zum Shooting. Hier ist ja meine absolute Lieblingsabteilung und aktuell ist ja auch die neue Kollektion draußen. Und die ist so wunderschön. Leute, guckt euch mal dieses Grün hier an und dann mit den Dressur-Gamaschen. Ach, das ist einfach so schön. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt hier auch nämlich eigentlich quasi so ein bisschen so mattes angehauchtes Schabracke mit so Kunstfell. Die muss eigentlich mit. Also das ist ja schon wirklich. Oder eine blaue. Die hat dann hier so blaues Hammer. Und die hat dann hier noch so ein bisschen Polster. Also die ist der absolute Wahnsinn. Und ich muss ja immer am Anfang, wenn ich ein neues Pferd kaufe, dann auch eine Schabracke für das Pferd kaufen. Und ich glaube, das wird diese hier. Guck mal da. Und da sind natürlich auch Bandagen. Die passen, glaube ich, am besten von der Farbe, oder? Navy. Bandagen. Dann kommen da noch die Dressur-Bandagier-Unterlagen drunter. Und dann ist es geil. Wird schon langsam voll. Ich glaube, ich brauche doch den zweiten Wagen. Guck mal, eine Flauschejacke. Da fragen wir auch mal so viele nach. Ja, ich liebe Flauschejacken. Gibt es jetzt auch bei Lössau. Hier ist Sammy. Der ist zwar hier noch mit der Frühjahr-Sommer-Kollektion, aber er ist da. Oh, Leute, die Kollektion ist einfach so schön. Ich muss mich hier auch noch tot shoppen. Dieses Oberteil ist auch wunderschön. Diese Schabracke ist auch wunderschön. Ich würde jetzt gerade am liebsten den ganzen Laden hier mitnehmen. Oh, so ein richtig fetter Wintermantel. Leute, wenn ihr auf der Suche seid, guckt euch das mal an. Der ist so richtig, richtig fett einfach. Man kann sie nach Sibirien auswandern. Damit kann man wirklich nach Sibirien auswandern. Und der ist noch wasserdicht. Der ist Hammer. Also, der ist richtig dick. Boah, es ist wirklich so krass hier umgebaut worden. Guckt euch mal bitte diese Stiefelwand an. Das ist ja der absolute Hammer. Das ist ja so schön gemacht. Ich brauche neue Stiefel. Hier Stiefeletten. Auch eine Lederpflege, also richtig cool. Vielleicht wird das nächste Pferd auch einfach ein Westernpferd. Wie geil sind bitte diese Stiefel? Also Westernreiten würde ich am liebsten nur fürs Outfit. Ich mache hier schon wieder den ganzen Shop kaputt. Ich fasse besser nichts an. Ja, und hier ist die neue Schimpfall Deluxe-Kollektion. Vielleicht bekommt ihr auch einfach so einen Halfter. Weil das ist ja das Weidehäfte, was ich auch im Blu habe. Und das ist wirklich mega geil, mega robust. Kann man super waschen. Wir brauchen aber halt Warmblut, ne? Warmblut. Gebongt. Die Sachen finde ich auch so schön. Das habe ich schon bestellt. Dieser Mantel. Einfach so wunderschön, die Farbe. Den hättest du letztes Jahr an Türkis. Der war super warm, ne? Der war mega warm, ja. Die Schimpfall Deluxe-Sachen sind eben gebacht. Hier gibt es dieses ja auch ganz viele so Winterreithosen und Winterreit-Leggings. Also, falls ihr auf der Suche seid nach einer warmen Hose für den Winter, guckt da unbedingt mal vorbei. Die sind nämlich richtig cool. Wie ich irgendwie diesen Einkaufswagen durch die Gegend schiebe. Irgendwie nicht so ganz. Ach, aber hier, hier haben wir noch einen passenden Strick. Wunderbar. Dann haben wir das Set auch completed. Wunderbar. Und hier geht es auch direkt weiter mit dem richtigen Abteil. Und zwar Stofftiere. Welches darf ich mitnehmen? Alpaka ist cool. Das Alpaka ist wirklich cool. Das Alpaka muss mitkommen. Das kommt mit. Guck mal, wir haben noch einen Alpaka gefunden. Ich glaube, das Alpaka wird jetzt ausgetauscht, weil das Alpaka gefällt mir noch mal besser als das hier. Das ist doch so süß, Leute. Mal gucken, wie lange es leben wird. Und ich habe richtige Hitzewallungen. Richtig im Shopping-Wahn. Ja, jetzt kommen die schönen Schabracken. Und da wird man arm und sie sind einfach schön. Oh, so eine schöne Glitzi-Schabracken wäre es halt auch. Aber egal, wir haben jetzt schon mal eine Schabracken gefunden. Auf der anderen Seite haben wir halt hier noch diese geilen Flauschi-Halfter. Die einzige Farbe, die mir halt noch fehlt, ist hier dieses naturfarbene. Und das ist halt auch so schnell dreckig. Also das ist halt, glaube ich, auch nicht so die sinnvollste Investition. Was ich auf jeden Fall noch mitnehme, ist hier ein Strick. Ein Kentucky-Strick, weil die sind wirklich am allerrobuststen. Und die halten einfach Ewigkeiten. Was ich auch schon überlegt habe, ist hier so ein Kumi-Ding mitzunehmen. Weil es ist ja Hengst und der knabbert immer ein bisschen viel an allem rum. Und so könnte man es halt verhindern. Das ist eigentlich an sich ganz cool. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Kasse. Wir haben auf jeden Fall gut was geshoppt. Und ihr könnt ja mal schätzen, was das Ganze so am Ende gekostet hat. Das ist ja auch so eine Sache, die muss man wirklich immer mit einberechnen, wenn man sich ein neues Pferd kauft oder überhaupt das erste Pferd kauft. Diese ganze Grundausstattung ist echt verdammt teuer. Und ich habe ja zum Glück noch super viel von Sammy und von Blue, was ich mit benutzen kann. Deswegen geht es jetzt ab zur Kasse und dann geht es in den Stall. So ihr Lieben, ich habe jetzt hier meinen ganzen Einkauf in der Tasche. Hier ist auch noch die Gerte und auch noch ein Flyer. Hier bald ist Bayerische Woche. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ja, ich werde jetzt meinen Einkauf erstmal ins Auto bringen. Und das war es auch jetzt soweit mit dem YouTube-Video. Jetzt düse ich in den Stall. Ich freue mich riesig auf den Waldor, auf den Blue. Und vorher fahren wir sogar noch bei Sammy vorbei. Und ja, lasst gerne ein Abo da, ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Video.